moin moin liebe leute und herzlich willkommen zu einem video womit selbst ich nicht gerechnet habe die virtuelle mohon jagd wer kennt sie nicht und wer hat sie nicht gespielt damals so und haben wir schon drin weil ich muss natürlich testen so funktioniert bevor ich hier etwas aufnehmen macht ja irgendwie sinn wir drücken jetzt einfach mal die komische taste mit dem feiner links drauf wenn sie weiter dann wollen wir gucken wie wir das noch drauf haben ich habe nur eine rolle gespielt aber auch noch funktioniert jetzt mal hier ganz akkurat beigehen so haben wir selber erschießen sogar die kleinbach noch mehr punkte oder nicht so gab es hier nicht auch irgendwelche geheimnisse auch schon läuft der wird abgeschossen okay also ich würde sagen wir machen jetzt erstmal eine kleine akkurate runde und dann gucken wir mal ich glaube ich muss fliegen lassen oder diesen minuspunkte ja gibt es okay genau minuspunkte eigentlich sollte man ja mal wenn es mal gucken dass ich wirklich kriegen kann und dann mal ein bisschen umspielen da hast du noch irgendwelche geheimnisse auszüglich sind wo ich sagen muss ich habe vorher auch nicht geguckt also ich weiß nicht ob ich den habe gerät ich nehme doch kommt schon egal hier hat 610 punkte wo sie musste der mohn bist du korrekt der mohn das mohn das mohn wohl zum arzt bisschen war schon da ja dann schauen wir das ganze noch mal und wir mal gucken für hier irgendwelche sachen entlocken können also hier gibt es gedreht er hat es macht zu unterschieden dass das nur so und wir sind hat es in dieser burg hier das ist ausgutig wo der linken die nämlich punkte viele welche punkte ob kann man doch kann erzählen dass das nichts bringt basteln da noch nie aber zum spaß punkten oder sie ist falsch ja warum ist nix die schießen ok was mit dem hier ich habe noch nicht das ist also punkte umkreisen das bei der burg ist auch nichts zu holen schon wieder vorbei 35 punkte mensch ich werde immer besser ich glaube ich muss meinen neuen staaten so ein deutschland spieler man sollte danach nicht drücken das mag das spiel mit na gut wer laufen dass hier in der bundeszenen das spiel ist für bundes kanal von 98 mit dem ding da gibt es also auch nur minus punkte was gibt es denn sonst noch so interessant ist der baum hier das ist auch nix los das ist nicht gewesen sein mehr gibt es nicht meiner meinung nach schon ein bisschen nüchtern oder ich finde schon vielleicht sollte man einfach mal gucken ob es irgendwelche wie soll ich sagen geheimnisse gibt weil das mit diesem punkt ja das ist schon so ich weiß nicht hm also ich glaube ich werde noch mal eben gucken toll kann ich gespeichert was abgeschmiert ist ich werde mal gucken ob es ein paar secrets gibt und wenn ja dann zeige ich dir gleich mal so wieder wieder da kann man ein bisschen gelesen also so richtig das geheimnisvolles gibt es nicht es gibt nur so tipps so wie vorher gleich zum anfang des spiels drei miteinander und das magazin ab oder schießt ins gras haben wir mehr 25 punkte mauhühner als gewöhnlich machen wir das doch immer mal 1 2 3 noch vieles sicher sicher so es war mehr von den fichern kommen 10 10 10 12 punkte für den hut um ist noch eins weil es wirklich geholfen hat also vom gefühl her weiß ich nicht mehr das ist gar keine sagt ja weil es ein großes rum steht da ist wieder also punkt ist das jetzt nicht schlecht aber es wird bewegt würde ich den auch nicht bezeichnen hier sind wir los und da so was aber er kommt ja wo man irgendwie das kam einfach schon noch ganz schnell zum ist meine meine und nach gut ist natürlich daran weil der mehr spiel wert bei dem spiel bei ja nicht voran liegt ich würde sagen so zehn minuten und dann ist das eigentlich schon wieder langweilig kommt vorher 600 mehr punkte haben kommt schon warum ist hier keins mehr dort da nein ach egal ach ja na gut liebe leute ich glaube wir haben mehr oder weniger alles gesehen was es zu sehen gab oder so ich danke euch auch immer fürs zuschauen vergesst nicht zu abonnieren zu kommentieren zu liken und natürlich sehr gerne video zu teilen wenn euch den quatsch gefallen hat den ich mal wieder fabriziere seit längerer zeit oder auch mal wieder zeit dass mal was kommt nach einer zeit vor allem ist es Zeit 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 und es ist jetzt Zeit zu gehen ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wie immer bis zum nächsten Mal macht's gut Ciao 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 ciao